Antisemitismus ist leider in Deutschland noch weit verbreitet. Das darf nicht sein. Darum machen Sie mit. Engagieren Sie sich beim Wettbewerb Denktag der Konrad-Adenauer-Stiftung. Gehen Sie auf Spurensuche von Antisemitismus früher und heute. Vielleicht können Sie auch noch jüdisches Leben, neues jüdisches Leben bei uns entdecken. Beispielsweise hier in der Kaiserstraße 19 in Auerbach lebte Harry Lewy. Zu seinem Gedenken gibt es hier einen Stein, einen Stolperstein. Finden auch Sie welche.